Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Marvel Avengers. So in der letzten Folge haben wir, wollen wir ja Kamala ja stark machen und wir sind auch knapp dabei. Und ja wie es weiter geht, das fahren wir jetzt. Gut gemacht Avengers. Das war sicher nicht unser letzter Angriff auf AIM-Truppen, aber der hier sollte ihre Möglichkeiten deutlich geschwächt haben. So. Wir müssen starten. Okay, kommt bei dich. Der ARC-Reaktor ist in der Nähe. Jarvis, empfängst du irgendwas? Ich bin einsatzbereit, Commander Hill. Viel Glück da draußen. Oh, Katze, hast du dich verletzt? Ah, okay, alles gut soweit. Okay. Ein Elite-Team von AIM ist in der Nähe und in Alarmbereitschaft. Aktualisiere ihr HUD. Oh, ich sehe einige Schurken. Jetzt gilt es! Bleib mit Schäden! Zu was zum Kopf! Seht ihr jetzt, sind die stärker geworden? Seht ihr, Leute? Man muss schon ein bisschen mit Taktik gehen. Oh, ich sehe mich. Das war's für heute. Was machst du da, Kamala? Was machst du da, Kamala? Was machst du da? Was machst du da, Kamala? Was machst du da, Kamala? Okay, wiederbleiben. Hilfe, 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 Hilfe. So, jetzt bin ich dran. Das war gute Arbeit. Ich bin hier in Schwierigkeiten. Ich bin hier in Schwierigkeiten. Ach, nein. Boah, jetzt reicht's mir. Ja. Oh-oh, es geht mir nicht gut. Tschüss, ey. Oh, oh, ich sehe einige Schurken. Okay, Ängstlich vorbei. Begeben Sie sich zu der Position auf Ihrem Hut. Okay, jetzt bin ich bereit. Gute Arbeit. Sieht erst mal sauber aus. Eins. Zwei. Ach, Kamala, was machst du? Drei. Es wird nicht einfach sein, dieses Team zu neutralisieren. Okay, okay, okay. Beeilung, fangen Sie das Team ab. Hm? Das Team weiß von Ihrer Anwesenheit. Seien Sie wachsam. Das gibt's doch nicht. Ähm mal dieselbe Scheiße. Jedes Mitglied des Elite-Teams muss besiegt werden. Oh, das wird schwer. In der Nähe Ihrer Position befindet sich eine besondere Feindeinheit. Sie hinterlässt vielleicht etwas Nützliches, wenn sie besiegt wird. Okay. Mach die scheiß Truhe auf! Mach die scheiß Truhe auf! Okay, bravo! Hey, wo ist das? Hier ist ein Energieschuh! Ah, der! Ja! Perfekt! Gut gemacht Hulk! Okay, jetzt mal aufrüsten. Nein! Ja! Ja! Viel besser! Viel besser! Okay, weiter geht's! Achtet auf eure Augen! Krügel! Mach Mause! Ha! Na! 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 now! Na! Na! Ich brauche vielleicht medizinische Versorgung. Wo ist der andere? Mach es! Nur eine Fleischwunde! Danke, Kumpel! Ich brauche mehr Zeit. Halten Sie den Bereich frei von Gegnern. Okay, okay, mache ich. Okay, guck auf. Nein! Sag mir bitte nicht wieder von vorne! Okay, gut. Okay. Okay. Ähm. Woho! Ach, verdammt! Ich brauche mehr Zeit. Halten Sie den Bereich frei von Gegnern. Das ist nicht besonders! Vielen Dank! Nein! Widow! Das ist nicht! Ah! 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 Das geht mir so auf die Nerven, wenn die ihr eigenes Schutz haben! Das geht mir so auf die Nerven! Ah! Na, ich geb jetzt nicht auf jetzt. Wir müssen die Kontrolle über Ihre Systeme erlangen. Bringen Sie mich zu der Position... Ach, im Arsch! Das Umgehen der Security dauert ein wenig. Sichern Sie den Bereich, aber bleiben Sie in Reichweite des Kontrollpunktes. Böse Jungs! Oh Mann, da bin ich! Oh Mann, da bin ich! Ja... Das könnte besser laufen! Ich bin hier in Schwierigkeiten! Ich brauche mehr Zeit. Halten Sie den Bereich frei von Gegnern! Unfall! Unfall! Abfall! ... was Sie? Unfall! 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 Die Firewall ist geschafft. Arbeite so schnell wie möglich. Hey Leute, nicht ich nicht besonders. Tony ist da vor. Das hab ich gut gemacht. Ich bin fast fertig. Halten Sie durch. Ned wurde ausgeschaltet. Oh Mist, das ist nicht gut. Okay, läuft. Die Kleine ist am Boden. Oh oh, es geht mir nicht gut. Ach Mann. Ach Mann. Ach komm schon. Ah, fuck dich doch. Entschuldigung, ich bin jetzt auf 180. Aber ich will das nicht aufgeben. Ich bin so nah dran. Wir müssen die Kontrolle über Ihre Systeme erlangen. Okay. Perfekt. Bringen Sie mich zu der Position auf Ihrem Hut. Das Umgehen der Security dauert ein wenig. Sichern Sie den Bereich, aber bleiben Sie in Reichweite des Kontrollpunktes. Kopf hoch, Leute. Noch können wir es schaffen. Ach Mann. Ich brauche mehr Zeit. Halten Sie den Bereich frei von Gegnern. Ja, fick dich doch. Ich bin hier in Schwierigkeiten. Die erste Firewall ist geschafft. Ich arbeite nicht. Mir geht's nicht besonders. Ich halte ihn nicht mal. Ich halte ihn nicht mal. Ned wurde ausgeschaltet. Zeit für ein Comeback, Avenger. Nur eine Fleischwunde. Ich bin fast fertig. Halten Sie durch. Ich schuld. Hey Leute. Mir geht's nicht besonders. Vielen Dank. Das Kind, dass du mir geholfen hast. Komm schon, komm schon. Ich schaff das. Ich schaff das. Komm schon. Kämpfen wir weiter. Nimm das. Oh Mann, das ist zu weh. Schaf, nimm dir sie. Schau's besser! Perfekt. Gut gemacht. So. Okay. Hab ich das bekommen? Was stärkeres? Ja, das ist gut. Der ist scheiße. 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 Okay. Okay, Kamala ist jetzt ein bisschen stärker geworden. Das ist schon mal gut. Okay. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Perfekt. Wo geht's lang? Achso, da. Kontrollieren Sie alle Terminals, sonst kann AIM mich aus seinen Systemen werfen. Kein Problem, mach ich. AIM hat Truppen geschickt, um sie aufzuhalten. Das hilft. Danke. AIM hat die Kontrolle über ein Terminal zurückerlangt. Bringen Sie das Terminal wieder unter Kontrolle, falls möglich. Perfekt. Ich strahle vor Stolz. Ich strahle vor. Geht's. Ja. Hey Leute, mir geht's nicht besonders. Nimm das eben. Ich habe die Kontrolle. Das hilft. Danke. Ach, Mann. Mir geht's nicht besonders. Schuss. AIM hat die Kontrolle über ein Terminal zurückerlangt. Bringen Sie das Terminal wieder unter Kontrolle, falls möglich. Oh Gott, ey. Ich bin in AIMs Sicherheitsnetzwerk eingedrungen. Ich habe unser nächstes Ziel auf Ihrem Hut markiert. Danke. Meine Güte. So was von... Nach der Zeit wird das schwerer. Oh, nicht schlecht. Kampf einstellen. Sie sind erledigt. Perfekt. Perfekt. Direkt voraus. Sie haben es geschafft. Perfekt. 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 Das war's. AIM hat einen ARC-Reaktor in der Nähe. Zerstören Sie ihn. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ach, Mann. Fuck you einfach. Ich bin hier in Schwierigkeiten. Ich halte den Rücken frei. Schön. Ah, was? Was ist das? Nee. Mann. Der Reaktor wird von vier Energieknotenpunkten betrieben. Ihre Zerstörung müsste auch den Reaktor zerstören. Oh, verdammte Scheiße. Was tut weh, was? Oh, oh. Energieknotenpunkt zerstört. Ach, nein. Ist doch Bullshit. AIM hat einen ARC-Reaktor in der Nähe. Zerstören Sie ihn. Ich nehme es mal. Oh, mein, Herr Frosse. Böse Jungs! Der Reaktor wird von vier Energieknotenpunkten betrieben. Ihre Zerstörung müsste auch den Reaktor zerstören. Zählen Sie sich jetzt hier. Halt. Oh, verpiss dich doch. Oh, verpiss dich doch. Tchach. Oh, Gott, ey. Von hinten, von vorne, von hinten. Na. Oh, oh, oh. Es geht mir nicht gut. Danke, dass du mir geholfen hast. Okay, okay, okay. Danke. Danke. Ja! Okay. Energieknotenpunkt zerstört. Okay, okay, das schaffe ich schon. Oho! Ausgezeichnet. Wieder ein Energieknotenpunkt ausgeschaltet. Perfekt, ey! Das ist super, ey! Danke, Avengers. Nein. Das gehe ich nicht. Okay. Okay. Guck mal, wir haben das schon erledigt. Okay, seht ihr Leute, wir haben das schon fast alles erledigt. Okay, wir versuchen das mal das zu machen in der nächsten Folge. Okay. Wenn wir das nicht geschafft haben, dann machen wir weiterhin eine Kampagne in der nächsten Folge, Leute. Okay, versprochen. Okay, Leute. Dann werde ich was sagen. Vielen Dank, dass ihr es zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann wisst ihr bescheid, was ihr machen müsst. Ihr könnt mir unten einen Kommentar hinterlassen. Und, ja. Dann würde ich mal sagen, Oruba. Ciao. Bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.